Sand unter den Füßen, Liegestühle zum Relaxen, eine Strandbar und fruchtige Cocktails. Das alles mitten in Trier? In Triers höchstem Beachclub, dem City Beach auf dem Dach des Karstadt-Warenhauses – alles kein Problem. In Corona-Zeiten Urlaub unter Palmen zu machen, ist vielleicht nicht ganz so einfach. Einfacher ist es, die 82 Stufen des Treppenhauses in der Simeonstraße zu meistern, um dann Urlaubsflair und Strandfeeling mitten in der Trierer Altstadt erleben zu können. Gerade dieses Jahr ist es bestimmt eine gute Alternative für den Urlaub und ja, es ist echt schön. Urlaubsalternative, definitiv. Kurze Wege, schnell zu erreichen, spontan da. Ich habe jetzt auch drei Wochen Urlaub, man kann ja eigentlich nicht irgendwo hinfahren, deswegen ist das hier eigentlich eine super Alternative. Der City Beach verfügt über 200 Plätze auf 1000 Quadratmeter Dachfläche. Ein Konzept, das in Trier bislang einmalig und der Insider-Tipp schlechthin ist. Also ich finde, es ist eine mega schöne, entspannende Atmosphäre mit der Musik im Hintergrund, das ist total angenehm. Und selbst wenn mal mehr los ist, kriegt man irgendwie immer noch einen Platz. Und ich finde es total schön und ich kann es jedem empfehlen. Ja, mir gefällt es hier super. Ich finde es hat schon Urlaubsfeeling und gerade jetzt zu der Zeit, es ist eine richtige Auszeit. Gerade von der Arbeit, von der Schule, wenn man nach Hause kommt, ist schon chilliges Feeling hier oben. Super entspannend. Freitagnachmittag, Bierchen, Zigarette, Zigarre, passt. Der Eintritt ist frei und bei gutem Wetter kann hier über den Dächern der Altstadt entspannt bis in die späten Abendstunden gechillt werden. Sollte an, wenn man nicht mehr hier oben kommt, das wir auf der Schule machen podieren. Sollte ein, wenn man nicht mehr wie gut, dass wir in die Späten dann da